Hallo AFOBS, willkommen im Noppenstein-Studio von Blubricks. Ich bin der Klaus und es wird Zeit, dass wir mal wieder über unseren Bauwettbewerb reden. Ihr erinnert euch, wir haben von Xingbau hier diese Panzermodelle reduziert von knapp über 40 Euro auf 25. Von den fünf verschiedenen sind inzwischen auch zwei ausverkauft, was mich wundert, sogar der größte. Irgendwie mit 75 Euro, der war mit als erstes weg. Die Modelle selber sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die basieren wohl bei Xingbau auf MOX und dementsprechend muss man da schon ganz schöne NEMA-Qualitäten haben, dass man die zusammengebaut bekommt. Aber die Dinger sind geniale Teilespender. Deshalb haben wir ja gesagt, wir machen einen Bauwettbewerb daraus. Ihr schickt uns die Fotos von den Modellen, die ihr daraus gebaut habt. Und dann gibt es 500 Euro für den ersten, 300 Euro für den zweiten Einkaufsgutschein von Blubricks und 100 Euro Einkaufsgutschein für Blubricks für den dritten Preis. Wir haben das jetzt gesammelt bis Ende Oktober und dann hat der Bartosch das jetzt in ein langes Video reingepackt, wo ihr 20 Sekunden oder so jedes von den Modellen seht. Es sind über 80 tolle Einsendungen gekommen. Zwei oder drei mussten wir streichen, da die mehrheitlich aus anderen Teilen bestanden als aus den Sets hier. Ich meine, wenn da mal ein, zwei andere Teile verbaut sind, no problem. Aber im Wesentlichen hieß es ja aus diesen Sets. Sonst ist es auch ungerecht vom Vergleich hier. So, wie machen wir jetzt weiter? Die kommen also jetzt gleich hier im Anschluss, wenn ich mit meinen Sprüchen zu Ende bin. Dann seht ihr diese über 80 Sets. Die haben auch jeweils eine Nummer dabei. Und dann ist hier bei YouTube in der Kommentarfunktion, gibt es oben einen Kommentar von uns. Der hat wieder Unterkommentare und zwar Unterkommentare, die dann auch durchnummeriert sind von 1 bis 82 oder so. Und die könnt ihr liken. Und da bitten wir euch darum, liked die. Ihr könnt mehrere liken. Ihr könnt jedes Modell von denen, was euch gefallen hat, liken. Und wir schauen dann Ende November, welches Modell hat die meisten Likes von euch bekommen. Die zweitmeisten Likes, die drittmeisten Likes. Und die bekommen dann die Einkaufsgutscheine für den Blubix-Shop von uns. Also eigentlich ganz einfach. Schaut es euch mal an. Ich finde es mega toll, wie viele verschiedene, ganz verschiedene Modelle ihr auch aus diesen Sets gebaut habt. Und das finde ich das Schöne bei den Noppensteinen. Eben nicht nur einfach irgendetwas bauen nach Anleitung nur und dann zehn Jahre in der Vitrine verstauben lassen, sondern immer wieder was anderes draus zu machen. Immer wieder selber was zu bauen, die Originale umzubauen, was anderes draus zu machen. Einfach Spaß am Bauen und am selber Kreieren zu haben. Und dafür eignen sich diese Dinge halt einfach hervorragend. Und ihr werdet sehen jetzt in den nächsten Minuten, was für tolle Sachen ihr und eure Kumpels daraus gebaut haben. Schaut euch das an. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Wünsche euch viel Spaß beim Schauen, beim Voten. Und Anfang Dezember werden wir dann hier auch die Preisträger bekannt geben. Bis dahin schon mal alles Gute von mir aus dem Noppenstein-Studio. Viel Spaß beim Bauen und ihr wisst, Noppensteine kann man eh nie genug haben. Tschüss, bis denn. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.